Musik Wir sind auf der Architechnica in Halle 16 auf dem Stand von Wagener Hydraulik. Dem mir steht der Geschäftsführer, Herr Wagener. Herr Wagener, was ist Canfix? Canfix ist unser System, um Hydraulikleitungen dauerhaft und farbig markieren zu können. Es ist erhältlich in zehn Farben und erleichtert dem Anwender die tägliche Arbeit. Der Anwender erkennt direkt, welche Funktionen, welche Leitung hat und kann einfach abrutschsicher ankuppeln und auch entkuppeln. Ich habe jetzt von Canfix Home gelesen. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen? Canfix Home ist die neueste Ergänzung der Produktfamilie Canfix. Man muss sagen, dass wir generell angefangen sind mit dem Farbgriff für die Standardbaugröße 3, die man in der Landtechnik kennt. Darumherum ist eine komplette Familie aufgebaut worden mit mehreren Baugrößen, auch für Load-Sensing-Leitungen, auch für Luftkupplungen. Neuester Zugang ist Canfix Home, um die Leitungen dauerhaft und sicher parken zu können, ohne auf eine Schlauchgarderobe angewiesen zu sein oder auf Steckerhalter, die meistens in der Praxis dann eh nicht richtig passen, weil dann doch eine andere Kupplung verwendet wird. Und was hat das mit Augmented Reality zu tun? Mit dieser Technik, mit diesem Werkzeug können wir dem Kunden unter einfacher Zuhilfenahme der Kamerafunktion des Smartphones zeigen, wie die technische Lösung Canfix Home an seiner Maschine wirkt und aussieht. Wir kennen jetzt den Canfix-Griff. Was sind Flat-Face-Kupplungen? Flat-Face oder auch flachdichtende Kupplungen sind in der Landtechnik mehr und mehr auf dem Vormarsch. Sie können einen Ölsammelbehälter überflüssig machen, weil ich deutlich weniger Leckagen habe. Flachdichtende Kupplungen integrieren wir zum Beispiel in Multikupplungen, wo mehrere Leitungen gleichzeitig gekuppelt werden können, oder in Steuergeräte von modernen Großtraktoren. Herr Lehmhaus ist Vertriebsleiter bei Wagner Hydraulik. Herr Lehmhaus, was sind die meisten Unfälle rund um den Traktor? Die Statistik zeigt, dass mit ca. 3000 Fällen pro Jahr beim Ein- und Ausstieg am meisten an der Maschine passiert. Hier kommt ein weiteres innovatives Produkt, die Soft-Step-Einstiegsleiter, ins Spiel. Was ist Soft-Step und was hat es für Vorteile für einen Landwirt? Soft-Step ist eine Einstiegsleiter, die rein mechanisch, maschinenunabhängig ein hoch an komfortablen und ergonomischen Ein- und Aussteigen in die Maschine ermöglicht. Hier arbeitet eine Gasdruckfeder, die das Ganze mechanisch in der Höhe anpasst und die notwendige Bodenfreiheit mit der ergonomischen Maximaltiefe beim Aus- und Einsteigen in Kombination ermöglicht. Und das bedeutet dann weniger Unfälle beim Absteigen von Maschinen? Richtig, genau. Dieser letzte Sprung von der Stufe runter auf den Boden, der ein Vielfaches des Körpergewichtes halt eben projiziert, wird hierdurch eben abgeschwächt. Untertitelung des ZDF, 2020